Einen wunderschönen guten Morgen liebe Traderinnen und Trader und damit herzlich willkommen zu den heutigen Handelsideen für Donnerstag den 19. Juli hier bei Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich möchte hier an dieser Stelle wieder ein paar Charts vorstellen wo ich die ein oder andere Idee im Fokus habe wie wir von anstehenden Bewegungen profitieren können. Olaf und Ludger einen schönen guten Morgen und auch allen anderen die hier direkt live zuschauen einen guten Start in den vorletzten Arbeitstag der Woche bevor wieder ein schönes sommerliches Wochenende auf uns warten soll. Bevor wir zu den Handelsideen kommen natürlich wie immer der Risikohinweis der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren und nachdem ich darauf hingewiesen habe noch eine kleine Bitte wenn sie hier zuschauen und die ein oder andere Frage haben scheuen sie sich nicht geben sie im Chat die Frage ein oder den Wunschschat und dann schauen wir mal dass wir den auch hier live im Webinar besprechen. Was habe ich heute für sie vorbereitet? Ich zeige ihnen das gleich mal direkt im Blog Eintrag sozusagen. Zum Blog gelangen sie wenn sie es nicht direkt hier auf Facebook auch gepostet sehen in der Website von Tickmill. Da gibt es den Blog wenn sie auf die deutsche Seite gehen gibt es auch den deutschen Blog und da finden sie alle Handelsideen die hier jeden Morgen auch veröffentlicht werden. Heute geht es um die Währungspaare Kandollar japanischer Yen Euro polnischer Slotty und US-Dollar Hongkong Dollar. Das die drei Charts für den heutigen Tag und da gehen wir auch dann direkt rein. Vorher noch der Hinweis auf die Tagesnachrichten für heute und auch die Sachen die wir morgen machen an dieser Stelle. Morgen ist ja Freitag gibt es das etwas ausführliche Webinar und gestern gab es ja den Biespuck Report in den USA und den beleuchten wir morgen einmal etwas Neues oder etwas näher. Das ist ja ein Ereignis, das ist wichtig für die US-Wirtschaft und darauf schauen auch viele hier bei uns in Deutschland und deswegen beleuchten wir hier dieses Biespuck einmal näher. Schauen was das ist, was es für Aussagekräfte hat, weil diese Meldungen sind wichtig für die Wirtschaft und die können halt ein Wirtschaftssystem auch in die ein oder andere Richtung bewegen bzw. gibt es uns Hinweise darauf, wie es weitergehen kann. Wichtig und deswegen, weil wir es fürs Trading brauchen, geht es morgen hier im edukativen Teil um das Biespuck, was gestern veröffentlicht wurde. Zu den Tagesnachrichten für heute. Heute gibt es einen neuen Bericht aus den USA und zwar den Fili-Fed-Index. Um 14.30 wird dieser Index auch veröffentlicht, also 14.30 deutsche Zeit kommt aus den USA und da gibt es mehrere Teile. Wir haben den Herstellungsindex, wir haben den Geschäftsbedingungsindex und dann noch das Thema der Auftragseingänge, die hier immer eine wichtige Rolle spielen. Also Beschäftigung, Auftragseingang, aktuelle Geschäftsbedingungen und der Herstellungsindex, all das wird im Fili-Fed-Index veröffentlicht. Wie schon gesagt, um 14.30 Uhr. Dann gibt es um 14.30 Uhr noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Das mal die wichtigsten Punkte für heute, wenn wir hier über den großen Teich schauen. Aus der Eurozone gibt es hier im ersten Sinne nichts. Aber eine Bitte auch an dieser Stelle für all diejenigen, die auch anderer Währungen traden. Schauen Sie auch, was zum Beispiel im Kann-Dollar kommt, den haben wir ja heute hier an Nachrichten. Oder also vom Prinzip her immer auf die Währungen, die Sie auch traden, dass Sie hier wissen, wann welche Nachrichten auch veröffentlicht werden, dass Sie hier nicht bei kurzfristigen Trades irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und damit direkt rein in die Charts für den heutigen Tage. Hier sehen Sie noch mal eben kurz den US-Tech-Index, also den US-Tech als kürzlich, den Nastic 100. Den hatte ich mir vorhin in der Vorbereitung mal noch angeschaut. Einfach noch, um zu sehen, was hier entsprechend nach den gestrigen Nachrichten über die Nacht noch passiert ist. Aber hier ist nichts weiter passiert. Gestern hier gab es leichte Rücksetzer. Das sehen wir auch in diesem Markt. Gestern der US-Markt ein ganz kleines bisschen auf der Stelle getreten. Aber das spielt jetzt für unsere nächsten Punkte keine Rolle. Wir starten direkt mit dem Chart vom Kann-Dollar japanischer Yen. Hier ist er im Tageschart. Den zoome ich für Sie noch etwas näher ran. Was ist hier? Eine spannende Situation. Warum schaue ich drauf? Schauen Sie mal, wir haben hier diese Marke von 85 658. Und schauen Sie hier in diesem Bereich herum, hat sich aktuell ein Widerstandsbereich ausgebildet. Und das ist jetzt die spannende Geschichte, wo es durchaus zu Bewegung kommen kann. Aus zwei Gründen. Nummer eins, hier dieses große übergeordnete Bild ist erst einmal abwärts gerichtet. Das ist das erste. Geht es hier nachhaltig drüber, ist dieser Trend definitiv negiert. Nummer eins. Nummer zwei, hier haben wir aufwärts gerichtet, schon einen neuen Trend. Heißt also, der untergeordnete Trend, wenn der hier drüber schiebt, dann setzt er sich fort. Das wäre genial, weil dann haben wir einen neuen Aufwärtstrend. Neuer Aufwärtstrend heißt, wir laufen auch über diese Hochmarken drüber. Die nächsten Anlaufpunkte dann hier ein paar Tageshochs. Im Vorausblick die 85 754, die 86 526, bzw. dann hier oben die Marke von 87,077 japanischen Yen voraus. Wenn wir oben drüber gehen, kommt es hingegen zu einem, ja, Abprall von oben. Wir sehen ja hier die Tagesvolatilität gestern. Die war auch ganz schön groß, hat ein ganz schön großes Ausmaß gehabt im Vergleich zu den Vortageskerzen. Dann kann es auch dazu kommen, dass diese stark weit gelaufene Bewegung, die wir haben, etwas korrigiert wird. Anlaufpunkte auf der Unterseite, Sie sehen es hier durch das Magenta-Farben, da habe ich aus dem Stundenchart rausgezogen. Heißt halt, hier sind die Anlaufpunkte bei 84,687, Nummer 1, Nummer 2 haben wir bei 84, was haben wir? 408, genau, und dann haben wir die 84,218 in diesem Bereich. Wie schon gesagt, diese Punkte habe ich aus dem Stundenchartverlauf herausgenommen. Wir schauen uns den mal kurz an, dass Sie auch sehen, wie ich da drauf komme. Schauen Sie, hier haben wir so ein paar Tiefs einer Aufwärtsbewegung, des Aufwärtstrends hier in diesem Bereich und die sind durchaus Anlaufpunkte mit einer gewissen Relevanz, die für kurzfristige Trader auch immer einen Fokus mit haben sollten. Das also zum Währungsparkandeller japanischer Yen. Wie schon gesagt, hier ist einiges an Potenzial da. Wenn das Ganze dann wirklich nach oben läuft, dann ist das Ganze schon schön spannend, weil hier schauen Sie mal, was dann kommen kann. Bewegung, Korrektur bewegen. Also Sie sehen, wir haben hier einen Chart, wo durchaus diverse Trendgrößen ineinander fließen können. Und das ist dann natürlich die hochinteressante Geschichte, die hier an dieser Stelle für viele Möglichkeiten im Trading auch sorgen kann. Nächster Chart, Euro-Polnischer Slotty, unsere Nachbarn. Schauen wir mal, was sich hier im Chart auch ergeben hat. Wir haben jetzt hier einen Chart, Sie sehen es schwarz hier eingezeichnet, sehr schön einen Aufwärtstrend. Hier wahnsinnig herrlich tiefe Korrektur gehabt und jetzt kam es gestern zur Ausbildung einer Umkehrkerze, hier eines Umkehrstabes nach dieser weit gelaufenen Bewegung. Heißt halt, wenn sich hier die positive Tendenz fortsetzt, wenn wir hier oben drüber gehen und sich dieser Markt nach oben hoch schiebt, dann haben wir hier das erste Indiz dafür, dass wir weiter nach oben laufen wollen. Zwar kann man sagen, okay, wir haben jetzt hier das blau eingezeichnete, noch den Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend, was die Korrektur darstellt, ist definitiv noch nicht beendet. Das ist ganz klar, das steht hier im Raum. Heißt also, die Korrektur könnte hier nach einem kurzen Schub nach oben natürlich auch noch weiter nach unten laufen. Hier, das wäre der tiefste Punkt, wenn das nicht gebrochen wird, sondern hält, dann ist es gut, dass der Aufwärtstrend sich, oder gut wahrscheinlich, dass der Aufwärtstrend sich spätestens hier unten dann fortsetzt. Wird es gebrochen, wie schon gesagt, dieses Level um 4, 2, 5, 5, 9, 6. Ist wichtig, wird es unterschritten, ist dieser Aufwärtstrend hier Geschichte. Aber Trends setzen sich in aller Regel eher fort, als dass sie gebrochen werden. Heißt also, was wir jetzt hier sehen, ist ein erstes Umkehrindiz. Hier nach dieser langen Bewegung nach unten, was ich hier eingezeichnet habe, heißt also, setzt sich das Ganze fort. Haben wir schon die Chance, nach oben zu laufen? Nächster Anlaufpunkt hier auf der Oberseite wäre mal das Tageshoch vom 13.7. bei 4, 33, 1, 1, 2. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im kurzfristigeren Zeitrahmen an, in der Stunde, weil das ist dann das Interessante. Was man in der Stunde halt sieht, ist, wenn sich hier ein Aufwärtstrand bildet und der sich Stück für Stück fortsetzt, haben wir halt erst mal nach oben hin ein Stück weit Weg, was erst mal nur die Korrektur dieses Bereiches hier wäre. Aber wenn er hoch genug läuft, dann haben wir halt die Chance, hier drüber zu wuppen und dann noch weiter nach oben zu laufen. Also hier ist einiges an Potenzial auch da. Das könnte kurzfristiger Natur sein, aber auch mittelfristiger Natur. Das heißt, wir blicken jetzt mal in den Stundenchart hinein und im Stundenchart sehen wir halt die Situation, dass dieser Trend, der hier nach unten gelaufen ist, dass der rausgenommen wurde. Wir sind über den Hochbereich erst einmal drüber gegangen und jetzt hier sehen Sie es. Hier war der erste Ansatzschwung. Hier ist der Aufwärtstrand entstanden. Jetzt ist er hier in seiner Korrektur und wenn er dann hier oben drüber läuft, setzt er sich entsprechend weiter fort. Heißt, ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz ein. Ich muss da nur die Farbe wechseln, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Ich mache das mal mal in Genda-Farben aus der Stunde heraus. Das sieht man zwar dann am Tag nicht, aber für unsere Beleuchtung hier ist es halt interessant. Also hier unten hat sich erst einmal jetzt dieser Aufwärtstrand gebildet. Der ist hier wieder ein Stück weit lang gelaufen, nach unten korrigiert und jetzt steht er halt entsprechend vor seiner Fortsetzung. Und wenn das passiert, wenn der sich hier oben drüber setzt, dann sehen wir halt hier, der Trendbruch hier in diesem Bereich ist sozusagen geschehen. Er ist durch und das ist das Interessante. Hier, der Markt läuft hier nach oben. Untergeordnet gab es hier auch noch einen Trend. Das ist jetzt für die Stunde nicht ganz so wichtig. Das war sozusagen der Bewegungsschub nach unten. Aber nichtsdestotrotz, hier haben wir es drüber. Also heißt, der Markt ist hier in der Stunde definitiv wieder Aufwärtsgericht und bleibt das Ganze erhalten. Dann haben wir halt hier den nächsten Anlaufpunkt an dieser Stelle, an diesen 4, 33, 1, 1, 2. Dann haben wir hier oben diesen Bereich bei 4, 34, 7, 6, 9 als Anlaufpunkt. Und dann, Sie können schon erahnen, was jetzt kommt, wenn wir hier in die Historie auch reinschauen. Schauen Sie, hier haben wir einen Anlaufpunkt, hier haben wir Anlaufpunkte, hier haben wir Anlaufpunkte. Also es ist genügend Potenzial zur Oberseite hin da, die der Markt abrufen kann, wenn es weiter positiv nach oben geht. Das heißt, wir müssen hier an dieser Stelle auch nur schauen, was jetzt hier los ist, was gestochen und gehauen wird. Und damit brauchen wir uns dann entsprechend mit unseren Setups einfach das zu halten, was als Trendvorgabe ist und die Setups entsprechend im Markt zu handeln für den einen oder anderen, für den das Ganze hier entsprechend interessant ist. Und damit zum nächsten Chart, zum dritten für die heutige Vorbereitung sozusagen. Und da schauen wir mal wieder, muss ich sagen, auf den Chart US-Dollar, Hongkong-Dollar. Ja, da ist nicht so wahnsinnig viel an Action geboten, aber same procedure as every time. Schauen wir, was wir hier haben. Wir haben hier oben weiterhin, wie ich das schon häufig erwähnt habe, eins, zwei, drei Mal haben wir jetzt schon über diesen Chart gesprochen. Heute ist es das vierte Mal. Wir haben hier oben weiterhin den Deckel drauf bei 7,48956. Ungefähr so in diesem Bereich. Hongkong-Dollar liegt hier oben ein Deckel drauf. Unten ein Bereich um die 7,84136 als Stütze. Da lief der Markt dran. Was jetzt hier entsprechend die Denkweise ist, von unten nach oben, von oben nach unten zu handeln. Wir stehen jetzt gerade oben. Das heißt, es gibt hier durchaus die Möglichkeit, dass ein erneuter Abprall stattfinden wird. In diesem Fall hätten wir auf dem Weg nach unten auch einige Anlaufmarken, die habe ich für Sie hier grün markiert. Entsprechend sind das die Werte um 7,84720 als erster Anlaufpunkt und zweiter Anlaufpunkt hier das Tagestief vom 6. Juli um die Marke von 7,84580. Bevor es dann hier doch den deutlichen Schub nach unten gab, müssen wir sehen, was kommt. Aber es ist auf alle Fälle eine Möglichkeit hier in den Markt von oben nach unten hinein zu traden und zu sehen, dass auch einiges nach unten kommt. Sie sehen, der Markt entwickelt sich hier nicht immer gleich. Hier beim ersten Mal gab es diesen brutalen Schub nach unten. Beim zweiten Mal gab es einen Schub nach unten, nochmal eine Korrektur. Beim dritten Mal war das Ganze schon anders. Also Sie sehen, wie sich der Markt hier auch Stück für Stück verändert, wie diese Hochläufe anders werden, wie diese Runterläufe anders werden. Muss man einfach sehen, was sich hier ergibt, wie die Setups entsprechend auch laufen. Aber wichtig ist halt, wir haben jetzt hier oben einen Punkt, der bisher noch nicht überschritten wurde. Wenn es oben drüber geht, könnte es unter Umständen sein, dass doch ein Schub nach oben kommt. Das weiß man nicht. Da gibt die Chart-Historie nichts her. Man weiß nicht, wie die Händler sich hier oben verhalten werden oder ich kenne auch den Grund nicht, weshalb hier oben so ein starker Deckel drauf ist. Wir sehen jetzt hier rein die technische Situation und wie schon gesagt, wenn es hier oben einen Schub nach unten gibt, warum nicht das Ganze auch traden? Wenn man sich das Ganze auch unter Stunde mal anschaut, sieht man in diesen Hochbereichen hier halt immer wieder, dass sich hier immer die Spitzen geben, wo es da nach unten läuft. Das heißt, da oben ist auch nichts, was man in der Stunde mal nutzen kann zum Traden, sondern das ist wirklich einfach die Situation zu sagen, okay, hier ist eine Range, ein Abprall von der Oberseite wird einfach durch eine Positioneröffnung getradet und damit wird dann geschaut, ob der Markt tatsächlich nach unten läuft oder nicht. Aber die letzten Male hat das Ganze ganz gut geklappt und aus diesem Grund, weil ich weiß, dass der ein oder andere Händler sowas auch ganz gerne mal mit anschaut, habe ich das Ganze hier aufgenommen, damit wir das Ganze in dieser Situation miteinander beleuchten können. Sie sehen ja, was hier in diesem Chartbild auch gewesen ist, wo wir hier aktuell stehen auf einer sehr, sehr hohen Seite, auf einem sehr, sehr hohen Niveau verglichen mit der Historie hier aus 2016. Also es bleibt an dieser Stelle interessant und diese Range ist da. Für den ein oder anderen kann das auch interessant sein. Damit bin ich mit den heutigen drei Handelsideen fertig mit der Besprechung. Ich schaue mal in den Chat hinein. Fragen habe ich da momentan noch keine. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag, den ein oder anderen guten Trade selbstverständlich auch und wir lesen dann morgen früh vor acht auf alle Fälle über den Blog-Eintrag miteinander und um 8.30 Uhr geht es dann mit der Besprechung der Handelsideen, mit den Nachrichten für die nächste Woche, mit der Vorplanung bzw. mit der großen Betrachtung der Indizes und damit in den edukativen Teil. Also morgen, Freitag, Wochenabschluss. Bis dahin eine gute Zeit. Schönen Donnerstag. Alles Gute, Ihr Mike Seidel.